Hallo ihr Smacks, willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Heute mache ich ein Video mit meiner Freundin, mit der Leonie. Gestern habe ich mit dem V-Skillmann gesprochen. Und der hat gesagt, ich soll heute in der Schule der Leonie sagen, dass ich sie süß finde. Und habe ihr das auf WhatsApp geschrieben. Und dann haben wir heute in der Schule ein bisschen... Dann hat der mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Mhm. Und wir wollen heute zusammen Brawl Stars spielen. Und ich schicke die Leonie gleich den Teamcode einmal. Und dann spielen wir zusammen Brawl Stars. Abonniert den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch eine Freundin haben wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Dann kann ich euch helfen. Moment, Moment. Bevor das Video weitergeht, muss ich euch kurz sagen, dass das eigentlich nicht wirklich Leonie ist. Sondern Lumex. Wie es dazu gekommen ist, erzählt euch jetzt Lumex. So, Leute. Ich habe eine richtig krasse Nachricht. Und zwar habe ich über Umwege, über den kleinen Bruder von Lukas, also Finde, habe ich den Kontakt von Leonie bekommen. Ihr wisst ja, es ist so mehr oder weniger die Freundin von Max. Und die wird mir heute helfen, Max ein bisschen zu pranken. Denn sie hat eben eine Einladung von Max bekommen. Und sie gibt mir jetzt den Gruppencode. Und dann werde ich einfach reinscheuen. Aber Max wird nicht merken, dass ich jetzt bin und bedenken, dass es Leonie ist. Und ich werde dann einfach so im Namen von Leonie schreiben. Und dann bin ich echt gespannt, was der kleine Max da so schreiben würde. Das wird sehr, sehr lustig. So, natürlich müssen wir uns erstmal hier umbenennen, ne? Dürfen nicht Lom Lom heißen. Wir müssen uns natürlich hier Leonie. Hier, ne? Genau. So, ich habe mich jetzt Leonie genannt. Hier seht ihr es, Leute. Ich hoffe, jetzt fährt es nicht mehr auf. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Mädchen-Banner. Hm, was? Ich glaube, so Piper würde gut passen. Piper und jetzt noch irgendeine Namensfarbe hier. Okay. Also ich denke, das haben wir schon mal sehr gut gemacht, Leute. Okay, okay. So, jetzt vielleicht noch einen passenden Skin, das wir in die Lockie joinen. Das auch nicht so auffällig ist. Aber besser nehmen wir Piper auch. Wie auch einen relativ guten Piper-Skin. Ne, einfach nämlich den hier. Der sieht nämlich schön fresh aus. Also ich glaube, jetzt könnten wir glatt als eine Leonie durchgehen. Oder, Leute? Guckt euch das an. Haha. Sehr geil. Okay. Dann warte ich mal drauf, dass Leonie mir den Einladungscode schickt. Inzwischen. So, ich schicke die Leonie jetzt in Team Code. Und dann, ähm, dann gehen wir in den Brollstars-Runde rein. So, ich habe die Leonie jetzt in Team Code gesendet. Hoffentlich kommt jetzt ein Brollstars rein. Okay, Leute. Leonie hat mir jetzt einen Einladungscode geschickt. Mal schauen, ob er sich jetzt beitreten kann. Okay, das müsste funktioniert haben. Und wir schauen mal. Und ich bin in der Gruppe von Max. Haha. Er denkt jetzt, ich bin Leonie. Hahaha. Er denkt jetzt, ich bin Leonie. Ja. Ich habe Max einfach komplett hops genommen. Er denkt hoffentlich wirklich, ich bin Leonie. Okay. Nimm was reinschreiben. Wir schreiben einfach mal. Oh. Was? Das ist die Leonie. Boah, das hier ist die Leonie. Oh mein Gott. Die hat den Piper auf 500. Das ist fast Rang 35. Boah, Leonie, die hat auch alle Brawlers. Das hat die gar nicht gesagt. Die ist ja viel besser ein Brawler als ich. Das ist die beste, das süßeste Mädchen auf der ganzen Welt. Hi Max. Ich schreibe so ein Kuss-Emoji. Ich habe jetzt geschrieben, hi Max, Kuss-Emoji. Ich bin gespannt, was er dazu sagen wird. Die hat geschrieben, hi Max, hallo Leonie. Da mache ich jetzt einmal so. Du bist aber gut in Brawl-Stars. Das wusste ich gar nicht, dass sie so gut in Brawl ist. Aber ich bin immer noch besser mit Max als die Leonie. Er hat geschrieben, hallo Leonie. Hahaha. Du bist aber gut in Brawl-Stars. Ich schreibe jetzt nein. Du bist viel besser, schreibe ich. Du bist viel besser. Ey, läuft mit dem Max jetzt richtig Hubs. Nein, du bist viel besser. Boah, die Leonie, die ist so toll. Du bist so toll, Leonie. Ich kann die gleich mal fragen, ob die schon mal, also, ob die dich annehmen, also, wann wir uns das nächste Mal treffen wollen. Was schreibt die? Du bist so toll, Leonie, hat er geschrieben. Ich habe jetzt geschrieben. Hast du eigentlich eine Freundin? Hahaha. Hahaha. Mal schauen, was er schreibt. Hast du eigentlich eine Freundin? Nein, noch nicht. Leonie. Ich mache mir jetzt einmal ein Bussi im Rutschi. Ja, was ist geschehen? Willst du einen haben? Hahaha. Hahaha. Oh Mann. Willst du einen haben? Ja, ich möchte sehr gerne, Leonie. Den und den. Was schreibt die jetzt? Ja, ich möchte sehr gerne, Leonie. Ich habe es geschrieben, dann müssen wir jetzt eine Duo-Runde gewinnen, habe ich geschrieben. Dann müssen wir jetzt eine Runde-Duo gewinnen. Bist du dann meine Freundin? Ich muss ja mal ganz viele, ganz viele Herzen machen. Bist du dann meine Freundin? Ich schreibe einfach nichts, sondern wir schicken einfach so einen Sticker hier. Wartet. Ich habe einmal so ein Emoji geschenkt. Oh mein Gott. Okay, wir spielen. Ich gehe mit Max rein. Ich muss jetzt mit der Leonie gewinnen. Okay, Leute, es geht los. Wir spielen jetzt. Wird sehr, sehr nice. Okay, 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 okay. Haffentlich ist die Leonie auch so gut, wie ihr so ihr Profil ist. Nein, die Leonie bewegt sich gar nicht. Ah, jetzt ist sie da. Hallo, Leonie. Hallo. Hallo, die Leonie. Achtung, Leonie, du musst mir helfen. Boah, Leonie, du bist so toll. Leonie ist die Beste von der ganzen Welt. Leonie möchte meine Freundin sein. Komm, Leonie. Oh nein, Leonie. Du musst ihn dann kaputt machen. Boah, was? Die... Nein. Leonie ist getommen. Aber wir sind ein guter Platz geworden. Nein. Oh Mann, Leute, Mann. Oh nein. Jetzt schreibe ich... Schreibe, du bist schlecht. Du bist voll schlecht, schreibe ich jetzt. Leonie, du bist so gut. Was? Ich schreibe jetzt, Leon aus der 3B ist viel besser. Leon aus der 3B ist viel besser. Oh nein, das stimmt gar nicht. Nein, der ist schlechter als ich. Nein, der ist schlechter als ich. Ich mach so eine Herzimutschi. Leonie, du darfst nicht so sauer sein. Aber dafür... hat Leon... hat Leon... schon... mal... echte... Cola... get... getrunken. Okay, mal gucken, was er jetzt schreibt. Aber dafür... hat Leon schon mal echte Cola getrunken? Das stimmt gar nicht. Ich hab auch schon mal Cola getrunken. Ich auch schon Cola getrunken. Ich auch schon Cola getrunken. Leonie, ich möchte... deine Freundin sein. Leonie, ich möchte deine Freundin sein. Ich habe schon eine Freundin. Sie heißt Jasmin. Sie hat Jasmin. Hab schon eine Freundin? Sie hat Jasmin? Nein, du bist meine Freundin. Ab jetzt. Ich mach mal... Ich mach... Ich mach mal den V-Skill. Und frag den mal, wie ich die Leonie beeindrucken kann. Ich muss den mal schnell anrufen. Nein, du bist meine Freundin. Ab jetzt. Ich schreibe jetzt... I... Ich schreibe jetzt... Nö. Nö. Du bist du... Sie hat geschrieben... I... Nö. V-Skill. Hallo. Hallo. Ich... Ich bin grad mit die Leonie in der Brollstas-Lobby. Und die hat gesagt... Die hat gesagt... Ähm... Ich bin nur cool, wenn ich Cola getrunken hab. Wenn du Cola getrunken hast, so richtige Erwachsenen-Cola... Ja. Sag mal der Leonie, dass es eigentlich ganz ungesund und uncool ist. Und man lieber auf seinen Körper achten sollte. Okay. Und was kann ich jetzt sagen, dass sie meine Freundin ist? Dass sie deine Freundin ist? Ja. Sag, dass dein großer Bruder YouTuber so'n Geld hat. Der fährt C63. Boah. Okay, das... Das sag ich der. Danke, V-Skill. Gerne. Tschüss. Boah, der V-Skill ist immer cool. Ich sag dir das jetzt. Leonie. Mein große... Bruder ist YouTuber und er hat C... C63. Und Cola ist ungesund. Du musst... Wasser trinken. Jetzt ist sie mit ganz bestimmt meinen Freundin. Ich kann dir auch sagen, dass ich immer YouTube-Video mit ihm mache. Mit meinem Bruder. Und auf den YouTube-Kanal. Ja. Mein großer Bruder ist YouTuber und er hat C63. Na, und von meinem Bruder, der Freund ist... Nein, der hat einen Lambo. Na, Hund von meinem Bruder, der Freund ist Lomax und der hat einen Lambo? Was? Der Lom hat gar kein Lambo. Der hat nur ein Fahrrad. Lomax ist doof. Das zählt nicht. Der Lom, der hat mich erst mal geäppelt in Stammels vor paar Tage. Ist die Leonie jetzt sauer auf mich, dass ich das gesagt habe, dass Lomax doof ist? Zwölf Sekunden später. Lomax ist cool, schreibe ich jetzt. Mittelfinger. Lomax ist cool. Leonie, wir machen 1 vs. 1 und dann bist du meine Freundin. Ich mache 1 vs. 1 und dann bist du meine Freundin. Ich habe jetzt einfach, okay, mein Süßer. Ich habe jetzt meinen Süßer. Okay, mein Süßer, Maxi. Oh Mann, der wird sich so daig. Oh mein Gott. Okay, mein süßer Maxi. Ich bin Max. Boah, die Leonie hat mir eine Anfrage gesendet. Annehmen. Okay, ich mache jetzt einmal ein 1 vs. 1 Map. Da muss man eben diese hier mit, das weiß ich, von dem Video von Kevin und Leonie einladen. So, jetzt tue ich die runter und dann auf Preis. Und jetzt gewinne ich und dann bekomme ich dann, äh, Leonie ist dann meine Freundin in echtem Leben. Okay, ich bin bereit, Leute. Es geht los. 1 vs. 1 gegen Max. Ich habe einfach Rico genommen. Er hat Max. Ich werde keine Chance haben, Leute. Leonie hat Rico genommen. Hallo, Leonie. Boah, die Leonie, die kann gut ausweichen. Oh, ich habe die Leonie. Ah, ich habe die Leonie 1-0 gemacht. Die ist dann like meine Freundin. Nein. Oh, Achtung. Ah, ey. Leonie, warum machst du das? Okay, easy. Chavi, let's go, let's go. Ah. Okay, okay. Oh, mein Gott. Ja. Nein. Leonie, lass mich bitte gewinnen. Bitte. Ah. Nein. Machst du so easy clap, Leute? Let's go. Oh, Mann. Oh, Achtung. Ja, ich habe die Leonie. Ich mache die nochmal kaputt. Nein. Komm, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ja. Let's go. Max, das ist so kacke. Mann, es hat gelenkt. Es hat gelenkt. Nein, ich komme da nicht mehr an die Leonie. Zwölf Sekunden später. Let's go, easy. Mit Rico, let's go. Das ist nicht meine Freundin, oder? Max ist so kacke. Ich rufe Max jetzt an. Und sie sagt, dass er kacke ist. Jetzt anruf. Hallo. Hier ist Max. Hallo, Lom. Ich bin gerade bei Kevin in Aufnahme. Digger, Max, du bist echt kacke, wollte ich dir sagen. Hä? Du bist richtig kacke. Hä? Warum bist du kacke, Max? Was denn? War ein Brawl, oder was? Warum sagst du das? Digger, einfach Rico hat gewonnen, weil du kacke bist. Hast du zugeguckt? Max, ich habe die ganze Zeit mit dir gespielt. Hä? Nein. Ich habe dich ausgenommen. Lom, ich bin gerade mit Leonie, mit meiner Freundin am Spielen. Max, ich bin Leonie in der Gruppe. Das ist nicht die echte Leonie. Das bin ich. Was? Was? Du bist Leonie? Du bist Leonie, oder was? Du bist so kacke. Du kannst gar nichts. Du lügst, oder? Komm. Komm ins Game rein. Komm, Mommy One. Komm. Ja, ich bin... Pass auf, ich mache genau ein... Pass auf, ich zeige dir. Ich beweise es jetzt, okay? Ich habe nämlich jetzt hier ein Kreuzchen gemacht. Und jetzt mache ich ein Emote. Nein, Lom, da sei... Warum magst du das? Max, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Lom, du bist der Doofste von allen. Ich mache ein Disc-Rack gegen dich. Und ich mache dich aus Bolsch, da ist aus meinen Freunden raus. Und ich sage der Leonie, dass sie doof ist und alle doof. Mann, Lom, das soll ein Doof machen.